Über den Moderator-Modus legen Sie fest, wie Sie während einer Präsentation von den anderen Besprechungsteilnehmern gesehen werden. Diesen Modus können Sie auch noch einstellen, wenn Sie Inhalte bereits teilen. Wie Sie sehen, ist bei mir nur der erste Modus aktiv, die anderen drei sind inaktiv geschalten. Das liegt daran, dass meine Kamera geradeaus ist. Sobald ich meine Kamera aber aktiviere, sind alle vier Modi aktiv. Huh, da bin ich! Wie Sie sehen, nehme ich die Videos in entspannter Atmosphäre auf. Wir wollen ja schließlich alle stressfrei lernen und arbeiten, oder? Für zwei der Modi können Sie einen Hintergrund festlegen. Wenn Sie hier keinen anderen Hintergrund auswählen, wird einfach Ihr aktueller übernommen. Ich zeige Ihnen hier nun die vier Modi nebeneinander im Vergleich. Wenn Sie keinen Modus auswählen, präsentieren Sie wie immer im bekannten Modus 1, also nur Inhalt. Das, was Sie hier sehen, ist die Ansicht des Präsentators. Wenn Sie den zweiten Modus auswählen, wird ein Präsentator in das Bild integriert. Das lockert die Präsentation auf. Die Teilnehmer sehen nur das, was hier rot umrahmt ist. Der dritte Modus nennt sich Reporter-Modus. Hier haben Sie einen Hintergrund und der geteilte Inhalt wird neben dem Livestream des Präsentators gezeigt. Auch hier kann man die Größe des Livestreams und die Anordnung anpassen. Genau wie beim vierten Modus auch. Hier haben Sie auch einen Hintergrund, nur dass ich jetzt nicht neben dem gezeigten Inhalt eingeblendet bin, sondern in die Übertragung integriert. Ich könnte nun auch mit dem Finger auf etwas zeigen und erklären. Das macht die Präsentation besonders lebhaft.